Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das haben wir ja überhaupt nicht gemacht. 16 Jahre. 16 Jahre. Ich hab alle C hier. Diesen B. Ne, das ist auch C. Der knascht ist auch schon C. Der knascht. So heißt das offiziell. Fabi, wann zockst du mal mit uns GTA an? Wenn du für mich bei Roxanne rufst. Wieso rufst du das nicht selber an? Ich bin auch schon mal 5 Stunden in der Wartestange gewesen. In der Wartestange? Ja. Das ist ja eine Wartestange. Okay. Vergiss das Safe Game. Das hat sich auch mal. Was bedeutet das? Mal alles weg, mach ein neues. Okay. Ja Leute, dann meldet euch. Ah, okay. Pfff. Die STD Out ist leer. Du hast auch dein Spiel neu gestartet. Achso. Ey, was ist heute los mit dir? Erst nicht wissen, dass man Felder mit einer Straße abreißen kann und dann nicht kapieren, dass eine... Was? Oh Gott, Juli. Du machst mich verrückt heute. Nicht nur heute, das tut ja immer mit uns. Ich wollte es jetzt mal ganz ruhig. Langsam gebe ich ja echt alle Hoffnungen auf. Ja, würde ich bei dir auch machen. Oh, neun Stimmbruch. Hier schlapp mal für den Spruch von dir. Kommt der so scheiße krass rum auf euch, oder? Oh, neun Stimmbruch. Oh, neun Stimmbruch. Was macht denn die Sprüche jetzt? Kann man nicht reinstellen. Oh, neun Stimmbruch. Oh, neun Stimmbruch. Oh, neun Stimmbruch. Dann kriegst du... Hab ich mal irgendwo gelesen. Das Smartphone war irgendwie mal ne uralte Kriegstechnik und... Doch, deswegen haben wir den Krieg auch verloren. Na gut. Damals gab es aber noch nicht Pokémon Go. Gott sei Dank. Wobei das bestimmt dann interessant wäre. Alle Re... Ich hab den Russen gefunden. Und da hab ich dann halt... Hallo Nico. Spitzcamp. Was? Hallo Wizard. Was? 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 Das Beste ist, ich komm in den Stream rein und hör hier die Kartoffel erstmal sagen. Ficken. Was? So was in die Richtung. Thomas sagt wahrscheinlich. Wizard darfst jetzt sich den Namen... Toll, der einzigste, der keine Idee hatte. Soll ich nochmal? Moment, lass mich mal kurz überlegen. Ich hab mit dem Zeit viel Eisenbahnromantik geguckt. Da nennen sie die verrücktesten Stationsnamen. Oh na... Oh God. Weißt du? Das war ein Fehler, Juli. Ich merk's gerade auch. Wie wär's denn mit... Wie hell Kurpark. Was? Was? Gesundheit? Kurpark, nicht Koopark. Koopa. Ja, du trinkst aber besser. Dann ist das aber Wiese, Koopa. Ich glaube, hier ist mir ein großer Fauxpas unterlaufen. Wer hieß deine... Ach, Annika hieß. Ach, mir ist sie doch eingefallen. Ich musste gerade überlegen, wie die Freundin von Juli hieß. Warum? Weil sie gerade im Chat hallo geschrieben hat. Ah, hallo! Entschuldigung. Össi Dialekt. Bin kein Össi. Wir haben genug Össi bei uns im Geschäft. Niveau, wir singen. Habe ich nicht verstanden. Wobei, war das jemals vorhanden, das Niveau? Hier im Stream! Das ist ein guter Witz. Ja, ich glaube nicht. Vor allem, wenn du dabei bist. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Jetzt lass das doch endlich mal funktionieren. Oh, die Busse ist... Immer noch nicht! Oder einfach die ganzen Bahnen hoch. Oh, Tom, jetzt schon wieder eine Verwarnung. Hat irgendwie ein Hähnchen dafür. Ein Hähnchen? Ja, guck, Likon! Huh? Flieh! Hier! Wizard, fick dich. Danke, Likon. Likon ist halt auf meiner Seite. Sind wir doch alle. Achso! Auch wenn es nicht immer den Anschein hat. Sass!